Willkommen, willkommen aus München, die Sonne scheint, ich bin ein paar Tage eigentlich wieder hier, nicht um meinen Geburtstag vorzubereiten, sondern um euch was zum Verlosen vorzustellen und danach mal kurz in den Urlaub zu fliegen. Wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier in der Hand etwas Rotes, so wie üblich schon seit Jahren ist das eine meiner Lieblingsfarben, denn Endevil wurde damals auch mit der Farbe gegründet und die Seite gibt es noch und dazu gibt es jetzt ein ganz kleines Gewinnspiel und zwar habe ich einen neuen Kollegen, den Jochen, der mir hilft, die Webseite am Laufen zu halten und euch viele geile Artikel bringt und hier entsprechend dann jetzt etwas gewinnen könnt, damit ihr noch ein bisschen aktiver werdet, nicht nur bei mir, sondern dann entsprechend auch auf der anderen YouTube-Seite, die jetzt natürlich Endevil.com heißt und hier auf TechVideo geht es aber weiter wie immer mit den anderen Inhalten. Ansonsten, es geht natürlich hier um die Festplatte, nicht nur darum, was ihr oder wo ihr mitmachen sollt hier beim Gewinnspiel und zwar gibt es nicht nur eine rote hier, 2TB WD-Festplatte zu gewinnen mit USB 3.0, sondern auch noch eine schwarze, auch mit 2TB, hier könnt ihr es sehen, mit Original verpackt, das Ganze unbenutzt. Ich habe die auch schon mal getestet, ich liebe die Elements oder die Elements Ultra oder My Passport Ultra oder welche auch immer von WD, es gibt einfach sehr viel zu ausbauen, die sind nicht nur schnell, sondern zuverlässig. Ich benutze seit Jahren auf Messen die Produkte hier zum Backupen von meinen 4K-Videos auf Messen, denn das sind normalerweise pro Messe so 500GB bis 1TB hier mit meiner GH4 und so eine große SSD habe ich natürlich in meinem Notebook noch nicht. Aber ihr könnt diese auf jeden Fall mit USB 3 wunderbar zum Backupen benutzen oder einfach um eure Dateien drauf zu speichern, wie eure Filme, Musik und vielleicht für Schule, Projekte oder ähnliches. Davon, wie gesagt, gleich zwei Stück zum Verlosen. Ihr könnt mir sagen, einfach, welches Produkt ihr im Storage-Bereich in den nächsten Monaten am liebsten erwartet. Ob es denn nass ist, habe ich auch schon getestet, nicht nur von WD, sondern auch von anderen Herstellern, aber auch, es kann auch eine mobile Festplatte sein oder ähnliches. Es gibt ja zum Beispiel von der C eine, die ich demnächst vorstellen würde mit USB 3 oder ähnliches. Ihr könnt einfach sagen, welche Produkte ihr cool findet unten hier in der Beschreibung und bitte abonniert den neuen YouTube-Kanal Endevil.com beziehungsweise schaut auch mal auf der Webseite Endevil.com vorbei oder .de vorbei, wo ihr entsprechend auch viele, viele Infos bekommt zu vielen coolen Produkten. Nicht nur den, die ich hier auf meinem YouTube-Kanal vorstelle, wobei ihr die Videos auch auf der Webseite finden werdet, denn dort werden sie dann auch regelmäßig eingebunden. Und ja, ich hoffe, es war jetzt alles relativ klar erklärt. Ansonsten alles noch mal in der Beschreibung unten, einfach nachlesen hier auf Tech-Video. Mein Name ist Balaschgeal. Ich genieße jetzt mal das Sonnenwetter oder das schöne Sommerwetter hier noch ein bisschen, in dem ich hier noch draußen ein bisschen arbeite. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für die Zuschauer. Vielen Dank für's Zuschauer.